Hey yo zusammen, herzlich willkommen zu Let's Play, der Herr der Ringe, die Schlacht mit LR2, Aufstieg der 6. MNR3, Ringe mit LRM. Das war viel zu schnell, man hat kein Wort verstanden und toll war es auch nicht. So, nehme ich überhaupt auf. Und ich muss umschalten, ja. So, Ton, Passt, Aufnahme, Passt, Aufnahme, ja, umschalten. Hui. So. Nice. Nicht schlecht. Es gibt auch so ein paar Schlachten, die wir schlagen müssen, wie zum Beispiel wieder gegen Rorash. Er probiert es halt wieder und wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Telefon, Mr. Krabs. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Oder was, Plankton? Muss er getauscht haben. Gute Frage, ich habe schon seit ewigen Zeiten keins von Spongebob. Irgendwann ist halt die Zeit vorbei, wo Zeugs gut ist und es schlecht wird. Hier geht's da hin. Dann geht's ja in Position. Wie macht man das? Und dann greift sie an. Interessant, die Hobbits werden als Fernkampfeinheit gesehen. Ah. Das macht nix. Was sind die denn überhaupt? Ich seh sie nicht. Da. Lauft. So, nachdem sie in Position gebracht worden sind, können sie auch angreifen gehen. Für das Auenlande. Wir haben ein neues Gebäude. Das Land der Auen. Ha. Ist mir nie aufgefallen. So, die handelt zum Beispiel. Guck, der hat so ein Hühnchen oder sowas in der Hand. Und sagt, ja, ich gebe dir dieses Hühnchen für, was auch immer das in dem Korb ist. Kiwis oder Äpfel. So. Ja, nein. Und sie sagt, blablabla. Und er sagt, blablabla. Und er sagt, blablabla. Tja. So, was geht hier ab? Ignoriert bitte die Typen. Die sind voll egal. LOL. 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 So, jetzt kommt Rorasch. Jetzt kommt Rorasch. Jetzt müssen wir abhauen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Nein. Greift es den Rorasch an. Ich bin bereit. Ich sollte Kaserren bauen. Das war knapp. Habe ich drei Baumeister? Hm. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich frage mich, ob ich gleich gewonnen habe, wenn ich dieses Gebäude zerstöre oder nicht. Sie greifen einen Malonenbaum an. Nein. Habe ich nicht. Toll. Dann hat er irgendwo noch einen Baumeister. Was ein Dreck. So. Dann gehen wir jetzt den Baumeister jagen. Ach da unten ist er. Na gut dann. Haltet die Augen. Haltet die Augen offen. Die Gebäude des Feindes wird klar. Knirsch. Tschüss. Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert. Okay. Einer unserer Feinde wurde mal wieder zerschmettert hat. Viel vernichtet hat er nicht. Das müssen wir verteidigen. Das wird ein bisschen kniffliger. Das wird bis... Das könnte jetzt eine knackigere Angelegenheit werden tatsächlich. Weil da habe ich nicht so viele... Außer sie sind ausgerüstet. Dann ist das wieder relativ egal. Aber wenn sie nicht ausgerüstet sind... Dann wird's... Sie sind ausgerüstet. Tja, rip. GG Noob Gegner. Recht gehabt. So. Abrücken. Na was sind die Hobbits? Garstiger Hobbit. Ein Feuerleucht. Unser Start wird größer. Boah. Habe ich Hunger. Oh. Wie so ein Loch im Bauch. Aber ein ganz schlimmes Grad. Wie kellhaftigst. So macht es doch keinen Spaß. Ich weiß noch gar nicht was ich heute Mittag esse. Wahrscheinlich meinten irgendwas einfaches. So Nudeln und Tomaten so und so und fertig. Oh Trolle. Beide... Beide tot. Früher haben sie beim Unfall noch Schaden gemacht, wenn da was war im Weg. Jetzt nicht mehr. Wir müssen wachsam bleiben. So. Den töten. Du greifst die Kankre an. Ihr greift das an, dann das, dann das, dann das, dann das, dann das, dann das. Na toll. Na ja. Kankre ist tot. Gothmog überlebt das auch nicht lange. Es passt schon. Es ist nicht gut, aber es passt schon. Nee, du sollst eigentlich nicht das hier machen. Feuer konzentrieren Elben. Alle zu mir. Bringt sie aus dem Gleitgewicht. Seid wachsam. Zerstört ihre Gebäude. Leid sie zurück. Ihr müsst da abhauen. Die Schlacht hat begonnen. Wir müssen Mittelerde schritt. Lauft keinen Entkopf. Lauft schneller weiter. Haltet eure Positionen. Wir müssen Mittelerde beschützt. Feuer konzentrieren Elben. Das Gebäude muss fallen. Feuer konzentrieren Elben. Ha! Was sagt ihr denn? Wir haben ein neues Gebäude. Feuer konzentrieren. Feuer konzentrieren. Das Gewinne. Das Gewinne. Der Helden der Helden schützt. Haltet sie auf. Vorwärts. Ich hab sie gerade nicht zergetrieben. Wir haben eine Konzerne errichtet. Wir haben keine Reine in den Kauf. Na dann. Und der nächste, der stirbt. Ja wie gesagt, ausgerüstet ist das alles kein Thema. Nur wenn sie nicht ausgerüstet sind, dann wird's knifflig. Dann wird's knackig. Dann wird's böse. Dann wird's gefährlich. Dann wird's schwierig. Aber sonst. Equalus. So. Wo machen wir noch? Fangor. Oh. Jetzt haben sie sich nochmal gesammelt. Für nen kräftigen Angriff. Ich glaub aber nicht, dass der ihnen genügen wird, um zu tun, was immer sie tun wollen. Das ist das Problem. Es wird nicht rechnen. Keine Chance. Ist einfach so. Ne? Irgendwann ist ja einfach Schluss. So. Vor allem nachdem ich jetzt ein bisschen was aufgerüstet habe. Warte, wo sind denn die Hobbits? Weg hier. Eigentlich kann ich die Hobbits doch hier daheim lassen. Und jetzt kommen sie nicht vorbei. Der elende Kreatur ist hier irgendwo. Wir kommen. Bleib zusammen. So. So. Damit ist das nämlich dann auch erledigt. So. Hammer alle Punkte. Jupp. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben noch viel zu tun. Es hat begonnen. Baumaterial. Wir haben das Baumaterial gesteckt. Passt. Meine Pile treffen jetzt nicht. Der wird auch immer stärker, ne? Schnell. Rasch. Vorwärts. Trink. 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 Mal sehen, ob der auf 5.000 Rüstung hochgeht. Äh. Rüstung. Ja. Wow. Stellt euch mal vor, ein Held hätte 5.000 Rüstung. Ich glaube, den könnte man mit gar nichts mehr besiegen. Ne. Ich meinte natürlich Gesundheit. Und Land wird größer. Meine Augen entspannen. Jaja. Nur kurz die Augen... Tch. Tod. Nur kurz die Augen entspannen. Das interessiert mich. Die Kaserne ist fertig. Baumaterial. Was wollen sie denn machen? So, hier kommen Orks. Schwache Orks. Kleine Orks. Sterbende Orks. Arme Orks. Interessant. Ja. Noch mal weiter wollen nicht. Ist zu teuer. Wir haben noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Alle zu mir. Spreng ihre Reihen. Das Gebäude ist ganz süß dabei. So. Dann zerschmettert mal einen Fall. Ja. Ihr sollts da runter. Das ist ja klar. Oder? Ne. Da hat sich nichts getan. Da ist irgendwas explodiert. Das wird schon passen. Irgendwann ist halt einfach Ende. So. Der steht auch. Die Rüstung ist gar nicht so krass. Also das sind jetzt Mittel- und Hüterstufe 5 mit Rüstung. Sechs Schlachten geschlagen. Aber sie nehmen guten Schaden. Also OP ist es nicht. Also im Sinne von unbesiegbar. Vielleicht ist es okay. Aber unbesiegbar ist es nicht. Ne. Die nehmen schon Schaden. Gut. Sie sind auch nur gegen Reiter gedacht. Sie müssen eine Schwäche haben. Das ist so. Greift's doch da mal an. Wo greift wer was wie an. Also. So. Full Healing Mode. Und Tschüssikowski. Wie das eben. Der nächste stirbt auch gleich. Fertig. 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 Ganz unkompliziert. Wirklich. Ganz ganz unkompliziert. Das ist. Das ist halt das Schöne daran. Das ist das wirklich Schöne. Es läuft einfach. So. Wo müssen wir noch eine Schlange machen? Flachschlagen. Dol Guldur und Fangorn. Gehen wir nochmal nach Fangorn. Diesmal muss ich aber aufpassen auf den Drachen. Letztens kam er oben. Mal sehen ob das wieder so ist. Ich schicke jetzt die Bugenschützen oben rum. Und die Hüter unten rum. Wie? Wo? Was? Tatsache. Schaut euch das an. Die sind sofort dort oben. Das ist ja auch spannend. So. Ja. Aber weiter angreifen. Ihr seid ja noch lange nicht fertig. So. Ich baue jetzt hier eine Schmiede Erregion. Schmiede Erregion. Erinnert mich ein bisschen an Paztefka, falls jemand Paztefka je gesehen hat. Ist auch eine sehr lustige Serie. Muss man aber mögen. Es hat einen eigenen Humor, aber ich find's eigentlich... Es ist jetzt... Doch, ich find's eigentlich ganz lustig. Kommt er jetzt demnächst, ich glaub im Januar, die achte Staffel raus, ne? Die soll auch ziemlich gut sein. Bin ich auch sehr gespannt. Es sind halt kurzweilige Folgen. Nur so 20 Minuten. Bisschen Comedy, kann man gut lachen. Finde ich zumindest. Oh, der E.O. mehr levelt auf Stufe 3. Huijuiju. Ja, jetzt aber. Kaserne erweitert. Das hat Priorität. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Wir haben ein neues Gebäude. Baumaterial. Kaum noch Rohstoffe ist aber nicht so toll. Bleib watschsam, Elf. Werkzeuge bereit. Wir sehen, was jetzt kommt. Geschmiedete Klingen oder so. Rüstung. Haben sie schon. Dann ist es auch egal. Tschüss. Wieder gewonnen. Tja, so kann es gehen. So einfach kann es gehen. Na gut, komm. Mach mal noch ganz schnell Dol Guldur. Bevor die Aufnahme auch schon wieder vorbei ist. Es geht so schnell. Dann noch zwei. Dann habe ich das fertig. Dann mache ich heute keine Aufnahmen mehr. Dann werde ich mein Zeug zusammensuchen, damit ich anfangen kann zu lernen. Theoretisch könnte ich mir noch so viel Zeit mit dem lernen lassen dieses Semester. Wenn es nicht um die Bachelorarbeit wäre. Weil ich glaube, dass die wirklich wirklich, wirklich fordernd ist. Das ist halt das Ding. Und das beschäftigt mich auch gerade richtig. Also Bachelorarbeit ist definitiv ein Thema für sich. Und das Schlimme ist ja, ich mache ja auch noch einen Master hinten dran. Ich habe die Zusage bekommen. Nicht offiziell, aber von der Professur. Ja, ist eingegangen, bestätigt. Und soll passen oder so. Also jetzt nicht vom, nicht vom, 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 was weiß ich was, wer das bestätigt. Hab ich mir nicht gerade durchgelesen. Und, lol. Aber, kommt noch. Separat. Da unten. Aber, wie gesagt, die Bestätigung ist da. Für den Master. In Wirtschaftsinformat. Da muss ich ja dann eine Masterarbeit schreiben. Die wird ja doppelt so, dreimal so knackig wahrscheinlich, wie eine Bachelorarbeit. Und viel, viel Erfahrung mit dem wissenschaftlichen Arbeiten habe ich auch nicht. Das wird, das wird schon sehr interessant. Ja, aber dann schauen wir einfach. Ich werde sehen. Alter, irgendwas macht hier. Wow. Achso, ich habe das Tor offen. Muss ich verteidigen, geht nicht anders. Kann jetzt, kann jetzt hier nicht Riesen in meinem Land rumlaufen lassen. Das geht einfach nicht. Ja. Keine Ahnung, wo er bauen sollt. Irgendwo, wo es geht. Okay, die greifen von beiden Seiten an. Das ist dann natürlich sehr spannend. Ich greife jetzt erst den einen an und danach den anderen. Das ist mir so egal. Das wird schon passen. Einen nach dem anderen umbringen. Nicht alles auf einmal machen. Ja, es kostet Zeit. Lebenszeit, die davon streicht. Aber so ist das halt. Nur die Hobbits, die können weg. Eigentlich nerven mich die Hobbits. Diese Bonus-Gasthauseinheit ist so nutzlos, weil... Ja, die Hobbits sind nicht schlecht. Hobbit Tower ist ziemlich stark, aber... Es nervt, dass die Truppen so langsam laufen. Das nervt. Wow, der hat ja alles ausgerüstet. Töten, töten, töten. Was macht's er denn? Was ein Müll. Aber lustiger Müll. So, sind jetzt alle Türche wieder zu? Nein. Jetzt so. Ne, noch nicht, aber bald. Haben wir jetzt gewonnen? Ein Feind zerschmettert? Nein, noch nicht. Doch, passt. Gut. Oh, da kommt der Haxenkönig. Mit Schwert und ner komischen Mistgabel. Ich dachte, der hätte mal ne Keule gehabt, aber das schaut irgendwie komisch an. Achso, ja, der Angma-Haxenkönig, der hat wahrscheinlich anderes. Aber er hat die Eisenkronen. Sehr interessant. Der Haxenkönig. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sie sind drin. Da müssen wir ja abhauen. Das Lustige ist, das kann mir komplett egal sein, was die hier drin machen, weil, währenddem jetzt hier drin die Festung kaputt macht, werde ich ihm halt alles andere kaputt machen. Das ist jetzt so ein Bass-Trade, quid pro quo, weghau Ballerites-Zeug und... LOL! Wie ist denn das jetzt passiert? Ja, lustig. Ah ja, also die machen hier Schaden, ne? Greifen an, sind böse, gruselig, Hilfe, aber im Grunde egal. Komm, bau mal die Kaserne aus, dann vielleicht... Vielleicht überlebt sie es ja. Ne, die geht so schnell kaputt. Das lohnt sich nicht. Egal. Turm von Dulgul-Durr. Der macht gut Schaden. Das Tersche haben sie vernichtet, interessiert aber auch nicht. Ich gehe jetzt hier rein, haue alles weg und das war's. Das ist doch schön. Kann die jetzt angreifen? Tatsächlich könnte sie das. Sehr interessant. So, das stirbt. Die greifen da ein. Hier hat er 100 Mühlen gebaut. Nebeneinander. Warum, weiß ich nicht, aber er hat's getan. So. Alles wurde bereits gekauft. Nur ein Banner-Upgrade fehlt noch, aber... Ja, also... Geschenkt. Dulgul-Dur werden sie nie wieder einnehmen. Dann bräuchten sie schon 5 Armeen und das haben sie einfach nicht mehr, weil ein Länger schon tot ist. Tja. Pech gehabt, dann haben wir das auch geschafft, aber die Phase beende ich erst in der nächsten Aufnahme. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen-Rauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ich wünsche euch den Kanal abonnieren, um ein Video mehr zu verpassen. Untertitelung des ZDF, 2020